Hallo zum Wetter. In der vergangenen Nacht war es ganz schön warm. Im Raum Köln-Bonn sanken die Temperaturen nicht unter 20 Grad. An den Alpen, wie hier in Oberstdorf, konnte man am Morgen bei 10 Grad dagegen nochmal so richtig durchlüften. Aber auch hier wird es kommende Nacht nicht mehr ganz so frisch und die tropischen Temperaturen im Westen bleiben. Dazu sind ganz im Westen auch noch kräftige Gewitter denkbar, sonst ist alles ruhig. Und in aller Ruhe steigen auch morgen die Temperaturen wieder kräftig an. Nun sind im Osten die 35 bis 37 Grad anzutreffen. Im Westen gehen die Temperaturen dagegen etwas zurück. Was aber bleibt, ist die große Schwüle. Die Feuchtigkeit in der Luft im Westen nimmt immer weiter zu. Und das ist natürlich Nahrung für Wolken und somit auch Gewitter. Besonders im Nordwesten, hier wo es schon fast lila ist, besteht eine große Gewittergefahr. Das zeigt auch die Wettervorschau. Während es im Osten noch absolut sonnig und trocken ist, kommen im Westen Wolken auf. Dann folgen die Gewitter, die sich örtlich heftig entladen können. Das trifft nicht jeden, aber wo sie auftauchen, bringen sie Starkregen, Sturmböen und Hagel. Am Samstag ziehen Schauer und Gewitter in den Osten, aber schon am Sonntag nimmt die Schwüle wieder zu. Und von Westen kommen erneut Gewitter auf. Am Montag ziehen diese nach Osten durch und dann wird es endlich für alle kühler. Ihnen gute Unterhaltung hier in Sat.1. Am 80.1. Am 25.5 Am 95.9